Die Stimme aus dem Nichts. Der macht's richtig, der ist so bescheuert wie wir. Du kennst mich noch nicht richtig. Okay. Du uns aber auch nicht. Warum? Warum hast du das gemacht? Weil André genau wusste das. Aber du musstest Platz 4 werden, hast du geschafft. Ich danke dir, André. Lieb klar, Kumpel, hat die Fresse, du Spast! Baboom. Jetzt tue ich mir aus Wut, was der ist bestellt. Geil, er muss ne Hose anziehen. Wozu die? Du könntest auch nackt aufmachen. Das hat niemand gesagt. Das hat niemand gesagt, dass ich mir ne Hose anziehe. Du kannst auch einfach nackt die Tür aufmachen, unter den Geldschein unten hin kleben. Hier, nehmen sie. Stimmt so. Aber hier bin ich klemming mir zwischen die Po-Backen. Gleich explodiert deine Waffe. What? What the fuck? So mündig. Ja, man schießt. Wie trocken ey! Hört das E-Mod auf! Zack an, wie sie das Gesicht geschossen. Dann ist Brenn schon, soll ich sie überhaupt zeigen? Ja, ne? Ja. Alter! Lass die Kacke! Alter! Alter! E-Mod auf! Das sorglich aber, ihr habt sie kurz, ne? R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. die schweiz oder den kurs weiß nicht mitnehmen dann maul ja nur wo man drauf die zote kommt wir müssen jetzt leider durch was denn was ist denn das was passiert denn hier ich bin zum anwesen aber es war keiner da und dann musste ich abdrehen weil da total viele gelandet sind soll ich nicht abholen und anwesen aber ich musste abreden weil so viele da waren ja frauen logik richtung anwesen weil die unterwegs wären ja und dann viele da waren so richtig dankeschön mit der grad 9 1 könnte bitte was zu sagen andré macht sich immer unbeliebter andere ist ein lutscher fette haarige affe das war jetzt super ich wollte uns dabei beruhen lassen aber was hörst du denn sag mir mal was du hörst das sag ich dir nicht die pilz was ich gebe mal bei youtube ein musik für die sascha back idioten da mal gucken was dabei rauskommt war klar wer kommt zu dir wenn du anboden bist der idiot du weinst und weinst kurz davor leck mich an den eiern genau an meinen eierstöcken du da musst du aber tief rein oh ja doch der einzige der da rumkriegt ist der gitarre von kiss ey alles stimmt ey der trifft auch mit der zunge den g-punkt ich besitze heimisch heimisch steil auf du truf und feuer weg hier weg hier Black Hawk Down Black Hawk Down hast du einen hässlichen Rücken ist ja widerlich ne freundin von mir ist so angebaggert worden über facebook da geht dann heimisch alleine fahr fahr weiter fahr doch weiter hihihi 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 Vielen Dank.